Ich habe eine wirklich miese Helferbox gelootet. Das sind scheiße auch immer. So ein Ehepaar. Du bist doch auch nicht hin gerade, willst du mich verarschen? Wir sind doch gestand, wieso soll ich zu dir hin? Bist du behindert? Das ist dann nicht auch gleich. Wie machst du Ads denn? Es ist in 30 Jahren eh nicht ein Ad gemacht. Ja, schön. Ja, ja, klar. Ja, aber es ist halt nicht wasted. Es ist halt nur für dich wasted. Du bist wasted. Der Damage-Palatank. Ich schwöre dir, die suchen eine dicke Spinne nach Else. Hallo? Sieht aus wie eine Vogelspinne schon, Alter. So groß. Ich schwöre. Was war jetzt? Oh, vom Untermieter bestimmt. Alter. Unter dir, der hatte doch irgendwelche Vogelspinne. Ich muss pissen. Die ist direkt unterm Klo da. Ich kann mich pissen, Mann. Warum geh doch rein und schrei und dann machst du kaputt. Ich brauche die und Feuerzeug. Alter, mach mit dem Video noch. Klebe noch dein Handy an die Deoflasche. Wolle gucken, ich muss die. Ey, toll. Alter, hab ich mich gerade erschrocken, Alter. So, weißt du, halb im Dunkeln auf einmal. Oh, Junge, hör jetzt. Halt dein Maul. Hübel, Alter. Letzte Seite, glaube ich. Oder böses. Wildes Geschenk. Wildes, oh, ja. Aber was ist, wenn ich mir den Pulli kaufen möchte? Dann kauf dir deinen Pulli, Alter. Aber bis nicht. Was für den Weihnachtsstream. Alter, da ist meine Chimäre, meine neue. Die habe ich mir ausge... Jetzt ist sie weg. Ich muss sie nur einmal hier mal alle anhitten, damit sie mich... Oh, geht ganz schön aufs Maul. Ich laufe normal und jetzt... Ich habe wieder gute Guacamole, Alter. Ja, ja. Ich scheiß mich voll. Ist dann irgendwo der Typ seine Sunbrillen abnimmt? Nee, das ist wiederum CSI Miami. Achso. Das fand ich cool. Boah, jetzt geht es euch richtig an den Kragen, ihr Schleudern, Alter. Die gehen ja richtig schnell down. Geil, ich sitze in dem anderen. Ja, geil. Ist das da hinten? Ja, Mann. Geil. Ganz normal. Bitte nicht gucken. Sieht halt absolut ungesund aus. Das ist sehr gesund. Okay. Das ist gut für die Prostata. Geil, der Robo fliegt einfach rüber und jetzt merkt er Scheiße. Ich schaffe es nicht. Ja, ich bin ja auch ein bisschen später reingegangen, als du. Neu, ich helfe dir mal, Alter. Ja, endlich, äh. So, oder? Alter, er fliegt ja schon wieder rüber und er verkackt einfach endlos. Einfach nur schön mit anzusehen. Opfer, Alter. Wenn sie mich schon mal verpissen hier. Aber das hat eine Spinnenbrache. Macht eigentlich keinen Sinn, weil Nachtelfengeister europische sind, aber es sieht halt schöner aus. Fickt euch, ich habe ja genau eine Waffe bekommen. Jetzt kriege ich noch eine Waffe, Alter, wo ich eine habe. Ich kack mich voll. Ja, auf Seite 3 steht, wie man rätzt. Der erste Russen-Paller. Ey, ne. Oh, scheiße. Vor allem, die anderen Waffen stehen da auch noch. Äh? Benjamin, du lieber Elefant, wir hassen dich, Benjamin, Huhn. Hi. Was? Ja, hi. Was? Hä? Wieso, was, was denn? Er hat gerade Heil geschrieben nach dem halben Dungeon. Das lässt du nicht lockern, ne? Ne, ne, das muss ich nutzen. Junge, mach was. Danke. Ja, hat er doch. Ja, er... Oh, tut das weh. Pyro... Er hat es einfach geblinzelt. Er wird einfach so, ohne irgendwas. Er wird nicht neben mir stehen. Alter, er hat jetzt gerade Pyro-Schlag durchcasten wollen und hat ihn in der letzten Sekunde abgebrochen. Ich hab's auch gerade gesehen. Vielleicht sieht er auf dem Trip, den er jetzt gerade ist, in die Zukunft. Pyro-Schläge sind kein Verbrechen. Ich hab immer irgendwelche scheiß Dots auf mir. Ja, roll dich. Könnt ihr auch rein gehen, aber... Ja, lass. Ich bin ja keine Putze. Du heißt ja Call of Death. Gott. Wer ein Kind ist oder ein Opa? Oder Benjamin Button. Alter, es ist zu viel Schaden. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann's alles nicht gegenheilen. Es ist zu viel. Minen gehen hoch. Leute, fernverletzt. Pax, komm. Jawoll. Warten auf den Mage, Leute. Achtung, ey, ne. Er macht Unsichtbarkeit. Er ist so ein Pro, Alter. Krass. Wendekreis wie ein LKW, Alter. Was zum Fick? Wieso, was denn? Bei mir steht der da in der Luft da oben. Wer denn? Ne, hier, der Drachenjürgen. Das ist schon ewig rum. Das ist Drachenjürgen. Tobis Kind heißt entweder Matze oder Yacordia Jürgen. Alter. Warm, Junge. Geil. Ob der Mage das kennt? Er will ihn looten. Er will ihn einfach looten. Hä, warum geht das nicht? Aber er realisiert, was passiert. Also er stellt sich dahinter. Ja, er macht Blitz, Alter. Er denkt mit. Cool. Jetzt setzt er das hin. Wahrscheinlich hat ihm geflüstert. Ja, glaube ich auch. Ich auch. Ich habe einen Geister-Mock. Betrachten da. Ach, Herrjeni. Einzig tragbares Priester-Mock, wer was anderes sagt, ist Hater. Dass ich hier keine Aggro habe. Was hast du denn da? Mach die Viecher hier weg. Ich bin froh, dass du nicht ein Taschentuch hatte und die an der Wand zerquetscht. Nicht zu suchen in der Schlangengrube. Alter, der Hunter will jedenfalls die Tafel looten. Arschloch. Ist doch schon fertig. Ich habe erst zwei. Äh, drei. Äh, vier. Alter, wie sie hier schon wieder lootend in der Ecke rumrennen. Fick dich, du. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. Ja, ha, ha. Löhnen. Ja, wir... Oh Gott. Da ist noch eine. Oh nein. Nein, er hat sie gesehen. No, 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 no. No, 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 no. Seid so ein kaputtes Typ, Alter. Was hast du das, Mann? Low-Level-Dungeons in Krieg. Da ist noch eine. Scheiße, der Dudu. Nein, er macht Rückzug der Wichs. Oh, scheiße. Oh, schön. Sind meine Ohren übelst warm. Ich hatte ein bisschen Angst, dass er wieder backt. Mmh. Backfisch, die Gurtel zerstört meinen Mock. Nein. Hier ist auch noch eine. So. Zeig, zeig, zeig. Hier, zwischen meinen Beinen. Ich mag den Dungeon, der passt zu meinem Mock. Ja. Warte, du sagst immer, du gehst ins Bett. Ja, gestern auch. Oh, ich hab den Boss gepult. Ich raste aus, weißt du?